So. Ja, genau. Geil. Cool. Bei diesem Song müssen wir uns immer, es ist unsere Challenge, wir müssen uns immer so einen neuen Ort aussuchen. Und fühlt sich irgendwie ganz gut an, der hier. Ja, stimmt. Ich bin ja immer zwischen euch. Endlich könnt ihr nebeneinander sitzen. Gut. Der Song heißt Alma the Luffy. Ist der letzte Song von meinem Album. Und einer meiner intimsten Songs. Und da rede ich über verschiedene Kulturen, über wie es manchmal ist, in Tokio aufzuwachsen, wo ich aufgewachsen bin als kleines Kind. Mit 10 und mit 17 wieder zurück nach Spanien gekommen. Und wie die Musik einen verbindet und eigentlich einem nur zeigt, dass die Neugier das Schönste ist, was man haben kann. Weil sonst hat man nur Grenzen in seinem Kopf. Und das war für mich ein sehr schöner Moment. Und das versuche ich immer allen weiterzugeben. Deswegen Alma the Luce Seele des Lichtes. Nur für euch. Die Luce Seele des Lichtes Und das war für euch. Att Technikio des Lichtes Ich bin Wilde. Ver unsere Musik differentLA Harf. Das Fall ist so fort- Beam- und petitioner Nacht. Ewige Seele des Lichtes. Some für euch. Und das war für euch. Die Luce Seele des Lichtes. Die Luce DIE Uranität nicht gut. Und das Bargadene Musik um Video Het kerman bis vorangeбrás von der Lage ausaju stehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich gehe mal kurz ans Klavier.